Da staunt das Zahnarz-Ehepaar Osada aus Damme nicht schlecht. Sich selbst in einem Magazin zu sehen, das ist schon was Besonderes, oder? Ich finde das voll krass. Ich war schon so aufgeregt, weil ich jetzt wusste, dass die bald rauskommt und jetzt sehe ich das und denke, boah, geil bunt rosa, coole Farben und ja, das sind wir. Wir wurden ganz nett gefragt und dann haben wir uns einfach gedacht, wisst du was, da sind wir mit dabei. Und Damme ist sowieso kunterbunt und hier ist eigentlich immer was los und dann dachten wir, wisst du was, wir machen hier mit. Und es ehrt einen ja schon, wenn man jetzt so ein Magazin in der Hand hat und sieht sich so auf die Titelstory und denkt nur, wow. Ja, also man ist schon stolz. Fernath in Damme. Dreimal im Jahr, alle vier Monate neu. Das Magazin wird über die Oldenburgische Volkszeitung an alle Haushalte in Damme, Holdorf, Steinfeld und Neunkirchenförden verteilt. Außerdem ist Fernath in Damme als E-Paper auf ov-digital.de erhältlich.